Hey Leute, bitte weiter, bin ich zesselt! Ich bin zesselt! Helft mir doch, wenn ich hier ausgieße. Ja, da sind gerade im Mikro. Hoffentlich kommen die Pollen nicht wegen euch. Ja, also, ja. Wer ist schockt? Ja, ich kann auch hier mal. Vielleicht soll ich jemanden auch noch mal los. Ja, ich kann jemanden essen.